Wegen so'n Trick wär' ich herbestellt, ist ja nicht aber mehr Erleichter, weil das wär eh klar. Wenn ich einmal im Jahr in meinem Schrebergarten eine Grillparty feiern will, wird das von oben sabotiert. Reine Schikane! Dafür sitzen jetzt meine Gäste in meinem Garten und saufen mein Bier. Und ich, ich muss hacken am Feiertag. Und dann hab ich mir auch das vorgestellt, den Tag der Arbeit. Jetzt da alles scheißen. Jetzt hab ich offenbar da wieder das falsche Parteibier geschickt. Sag mal Schrami, bist du teppert? Entschuldigung, ich hab ja nur den Tatort gesichert. Erst die Waffen heutzsicher sollen doch vollkommen.